Jo liebe Leute, wir sind wieder da mit einem weiteren Pokémon Opening und zwar weil es letzte Woche es so gegönnt hat, haben wir sich noch eine geholt. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpasst wollt, wie ihr seht, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein! Da haben wir jetzt Eisenrad EXT-Box, wir haben sich diesmal die andere geholt und demnächst sind da die Preview-List-Turniere. Wir sind leider unterwegs. Ja, wir sind nicht in Österreich. Ja, wir sind in Rimini und in Budapest, also wir sind komplett unterwegs momentan. Viel filmen. Schaut auf jeden Fall mit dem zweiten Kanal vorbei, da gibt es Convention-Cosplay-Music-Videos. Genau. Und wenn es dann TCG-related ist, wenn wir wieder mit dem Synchronsprecher treffen, dann sind sie auch auf dem Kanal. Imagine, wir könnten mit Spongebob ein Opening machen. So, einmal kurz... Tja... Tja... Aha... Na, die gleich, oder? Na, na... Na, du kannst wieder... Na, das ist wieder... Wurscht, egal. Dann tauschen wir uns Bekalt. Na, ich müsste anfangen eigentlich. Okay, jetzt hab ich! Ja, mach, du mach. Aha... Vielleicht ist jetzt etwas Spezielles drin. Das ist jurekwind. Imagine, das wäre wirklich schon drin und wir haben es einfach nicht gehabt. So... So... Das Video sieht jetzt aus. Ich hätte es nie erfahren. So, Energy. Fleck 9. So, okay, X-Gierspenst. Ich meine, 3-Hits-Verletzten-Box zum Toppen mit Schwer. Das war halt brutal. Schau mal. Na, vielleicht schon mal 4. Nespa... Tentagra... Oh! Simsala EX ist stark im Pool. Schöne Ultra Rare. In Shiny sogar. Ist dann die Double Shiny Rare, glaub ich, war das. Richtig cool. Schön. Brutal. Ein Xatu. Okay. Aber urspielstärke Karten. Xatu ist ein neues. Simsala ist ein neues. Nespa ist eine Bombe. Wirklich starkes Pack von dir. Hätte auch eine Mew sein können. Nö, eh. Oder Kludak. Oder Kludak. So. Feuer. Sehr cool. Wir haben im letzten Video eine Shiny Zone. Schaut mega cool aus. 11. Leval. Dann haben wir 8 Zone. Haltung. Fino. Und... Pamu. Auch eine Shiny. Nice. Illustration Rare. Und da hinten ein Hitzerotter. Naja, 3 Hits ist nicht einmal so unwahrscheinlich jetzt schon wieder. Ja. Der Set ist gut für die Schicksale. Mhm. Das gönnt halt Hits ohne Ende. So. Mich gönnen eure Booster auch. So. Pflanzenergie. Platuto. Pikachu. Lampi. Papal. Das ist so spielstark getrennt. Das ist ein Wahnsinnsetter. So gut. Leval. Gearspenst in Reverse. Schau dir in die Haut aus. Das ist voll. Und... Sondermau. Ist aber auch nicht schlecht. Und ein Mastifioso. Last Pack Pikachu. Der ist keine schlechte Hitzerotter. Nein. So. Toppen wir die Box vom letzten Mal. Mit noch einer Shiny. Ich meine, die Fuller Shiny ist eh schon hart. Mhm. Von der Seltenheit her ja. Ja. Seltenheit ist der stark. Vielleicht haben wir noch einen normalen Shiny-Hit. Wobei du hast doch einen Hit gehabt. Ja sicher. Auch eine Shiny. Dann haben wir noch einen dritten Hit. Ist ja cool. Platuto. Tantoren. Haben wir so oft so... Ach wir haben aber nicht. Jetzt habe ich glaube 10 Terra EX. 10 Terra EX. Das ist nicht schlecht. Vom Spiel machen wir ab und zu gleich das One-Off auf dem neuen Dektor. Jetzt pflanzen die Masken. Ja wieder drei Hits. Die Boxen. Die Boxen gönnen wirklich extrem gut. Ich habe gesagt Schatzseurer Müller. Vielleicht haben sie es für 20 Euro raus. Genau richtig. Und was wir auch gesehen haben. Und das werden wir nächste Woche oder im nächsten Video eröffnen. Und zwar die 3er-Blister. Die haben es für 14 Euro raus. Die haben es für 14 Euro raus. Gerade haben wir sich natürlich auch welche besorgt. Das seht ihr im nächsten Video. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt. Ihr wisst euch liken. Abonnieren. Die Glocke aktivieren. Ha rein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.